Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas zum Thema Radioaktivität. Radioaktivität benutzt man unter anderem zur Altersbestimmung, deswegen stehe ich hier mitten im Wald neben einer Straße, was ein bisschen suboptimal ist. Und ja, vor allen Dingen in einem Kastell, was so ungefähr im Anfang 2. Jahrhundert nach Christus hatten die Römer hier angefangen, den Limes zu bauen, oder ist das irgendwann so um den Dreh entstanden. Radioaktivität, wie gesagt, kann man nutzen zur Altersbestimmung, zu medizinischen Zwecken, daher gucken wir uns mal an, was Radioaktivität eigentlich so ist. Und das machen wir mal geschichtlich, das heißt, wir gehen zurück in das Jahr 1896, und zwar nach Paris, Frankreich, und zwar, dann gucke ich schon nach unten, hier habe ich nämlich das Foto von Henri Becquerel. Henri Becquerel hat sich mit Fluoreszenz beschäftigt, beziehungsweise den Leuchten unter anderem von Urankristallen. Und das war so eine Zeit, wo man sich tatsächlich schon mit Strahlung beschäftigte, beziehungsweise auskannte Radiowellen, so als Stichwort, Kathodenstrahlung, Röntgenstrahlung, diese Geschichten. Und die Frage für den Herrn Becquerel war natürlich, was ist das für Strahlung, die diese Urankristalle aussenden. Und er wusste ja auch dadurch, dass Strahlung bekannt war, versuchte er natürlich, das jetzt nachzuweisen, und Strahlung hat man zu der Zeit mit Fotopapier, beziehungsweise Fotoplatten nachgewiesen. Das heißt, wenn Strahlung da drauf fällt, dann hinterlässt das im Prinzip eine Verfärbung, die man dann, wenn diese Fotoplatten entsprechend entwickelt werden, sichtbar machen kann. Also stellte er seinen Versuchsaufbau her, wickelte natürlich die Fotoplatten einmal in Papier ein, das sozusagen sicherstellen sollte, dass kein Licht drauf fällt. Und auch probierte mit Metallplatten das Ganze abzuschirmen, weil man ja wusste, das hält Röntgenstrahlung ab. Und, ja, zu seiner großen Freude und Überraschung hat man, als das Ganze entwickelt worden ist, Strahlung entdeckt. Das klang doch erstmal natürlich toll und stellte das von der Akademie der Wissenschaften vor. Allerdings war es noch nicht die spannende Entdeckung. Und die spannende Entdeckung kam sozusagen im Februar. Und zwar glaubte er, dass sozusagen das Sonnenlicht, das Urankristall dazu anregt, diese Strahlung auszusenden. Und im Februar gab es halt anscheinend was Wetter schlecht, gab kein Sonnenlicht. Und was dann passierte, war, er musste seinen Versuchsaufbau wegpacken. Und, ja, das Spannende war dann, als die Fotoplatten entwickelt worden sind und er feststellen musste, da war wieder Strahlung da. Das heißt, er hat offensichtlich eine Energiequelle entdeckt. Eine Energiequelle, die sozusagen ohne äußere Anregung von sich aus Energie freigibt, in Form von Strahlung. Und das war eine Sensation. Die genauere Untersuchung ist erst später erfolgt, beziehungsweise die weitere Untersuchung, und zwar durch diese beiden hier. Das sind die Curies, Marie und Pierre Curie, beziehungsweise Marie Curie war die treibende Kraft. Und die haben jetzt auch den Namen Radioaktivität geprägt. 1903 gab das den Nobelpreis für alle drei. Das Besondere aber auch ist Marie Curie, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, sogar die einzige Frau, die für eine dieselbe Sache gleich zwei Nobelpreise bekommen hat. Und zwar einmal für Chemie und einmal für Physik. Soweit, so gut. Jetzt ist es so, dass wir uns jetzt mal angucken, was ist das jetzt eigentlich, Radioaktivität? Gut, Aussendung von Energie. Es ist vor allen Dingen aber auch der Zerfall von Atomkernen. Zerfall von Atomkernen bedeutet ja, dass aus einem Atomkern ja letztendlich ein anderer wird. Und eigentlich mal ganz spannend. Was haben die Leute sich damals gedacht? Weil zu der Zeit war ja das Periodensystem der Elemente, also die Elemente, das war etwas, wo man geglaubt hat, das ist irgendwas Festes, Beständiges. Und dann musste man feststellen, die können zerfallen. Gut, da haben sie früher schon die Alchemisten dran im Mittelalter versucht. Die wollten Gold herstellen. Mit allerdings wenig bis eher gesagt keinem Erfolg. Aber gut. Jetzt gucken wir uns mal an. So ein Atomkern besteht ja normalerweise aus Protonen und Neutronen. Bedeutet, wenn jetzt so ein Atomkern zerfällt, dass man eventuell dann einen anderen Atomkern hat. Was heißt das, ein anderer Atomkern? Naja, wenn man sich das Periodensystem anschaut, die Anzahl der Protonen bestimmt, wo das Ding im Periodensystem steht. Wenn ich mir zum Beispiel Wasserstoff angucke. Wasserstoff ist normalerweise ein Proton. Und die Science-Fiction-Fans, die wissen vielleicht, Deuterium, Tritium, kommt ja meistens in Science-Fiction-Serien vor. Das ist auch Wasserstoff. Und zwar, man sagt ja zu Isotope. Das heißt, es ist immer ein Proton, aber die Anzahl der Neutronen, die ändert sich. Das heißt, Deuterium ist ein Proton und ein Neutron. Tritium ist ein Proton, ein Neutron und noch ein Neutron. Das heißt, es gibt nicht nur, also wenn ich das Periodensystem angucke, sehe ich immer nur sozusagen die Anzahl der Protonen. Aber in Wirklichkeit gibt es ja noch die Isotope. Das heißt, das ist zwar die gleiche Anzahl an Protonen, aber unterscheidet sich in der Anzahl von Neutronen. Was zu der Frage führt, wann zerfällt denn überhaupt so ein Atomkern? Das sind erstmal zwei Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, eigentlich kann man das gar nicht so exakt sagen. Also ich kann mich nicht nebendran stellen und sagen, der wird jetzt, was weiß ich, in fünf Minuten zerfallen. Was ich aber machen kann, ist, ich habe zum Beispiel 500 Atomkerne und ich kann sagen, dass nach einer gewissen Zeit zum Beispiel die Hälfte zerfallen ist. Und deswegen nennt man das Ganze Halbwertszeit. Das heißt, ich kann, die ist natürlich von, je nach Nuklid nennt sich das, diese Konfiguration an Protonen und Neutronen, also je nach Nuklid unterschiedlich. Aber ich habe zumindest so einen groben Punkt, Anhaltspunkt, wo ich dann halt sagen kann, okay, zerfällt, also zumindest die Hälfte zerfällt. Die Halbwertszeit, also im Prinzip wie schnell oder stark oder instabil ein Atom ist. Das heißt, wenn es eine geringe Halbwertszeit ist, ist es sehr instabil. Das hat so ganz grob etwas damit zu tun, wie viele Protonen und Neutronen im Kern sind. So bei den kleineren Kernen ist es so, dass so ungefähr Protonen-Neutronenzahl gleich ist. Bei den ganz großen Atomkernen stimmt es da nicht mehr so ganz. Aber da ist es halt die große Masse, die das tendenziell instabil macht. Aber wie gesagt, ganz grob. So, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn so ein Atomkern zerfällt? Gut, ich hatte gesagt, Energie wird frei, ist klar. Diese Energie wird in Form von Strahlung frei. Und diese Strahlung, die kann man im Prinzip in zwei Kategorien einteilen. Einmal das, was sich Teilchenstrahlung nennt. Das heißt, da fliegt wirklich ein Teilchen raus und elektromagnetische Strahlung. Zum Beispiel Licht ist eine elektromagnetische Strahlung. Da ist es so, da fliegt halt eben kein Teilchen raus. Und das heißt, Protonen und Neutronen, die Anzahl bleibt. Bei den anderen ist es so, dass sich die Protonen-Neutronenzahl, also bei den Teilchenstrahlungen, kann sich die Protonen-Neutronenzahl ändern. Und damit, tendenziell, kann das dazu führen, dass aus einem Element eben ein anderes Element wird, weil sich die Anzahl der Protonen ändert. Soweit, so gut. Ich hoffe, das war, sagen wir mal, ein grober Überblick. Die Sachen, die einzelnen Stichworte, die ich in dem Video genannt habe, die werden in weiteren Videos dann genauer erklärt. ich muss das Wahl und aber sich gut vermerken. Und das ist das Thema auch 2.0 marsch. Untertitelung des ZDF, 2020